einen wunderschönen guten tag liebe zuschauerinnen wir machen dort weiter wo wir aufgehört haben und ich sehe gerade wir sind auf dem 1.04 patch sehe ich gerade zum ersten mal hier ist schön unten hier in der ecke da ich glaube also meiner zeit in meiner zeit blase jetzt sind wir glaube bei 1.05 oder 1.06 und 1.07 also 06 oder 07 ist angekündigt also ich bin ich glaube zwei patches weg so ich versuche das am wochenende irgendwie zu fixen damit wir auf dem neuesten stand kommen und da würdet ihr die speicher files auch haben aber jetzt hat sich noch nicht geguckt wie groß meine speicher file size ist aber ja da gibt es einige probleme dass das ja corrupt dann ist habe ich ja schon mal in einem anderen video geredet so heute 6.01 haben wir noch jetzt das video wird wahrscheinlich dann am 21.01 rauskommen erst es tut mir leid für die letzten drei oder vier videos wo ein leichtes brummen drin war ich habe das jetzt behoben ich habe das erst beim rendern mitbekommen und habe mir dann gedacht 2 1 halb stunden und fast gefallen die bisherigen let's plays ich glaube die ersten vier folgen sind wie gesagt bisschen mit minderer qualität die nächsten die darauf folgen sind höher kodiert und ich habe also auch mit mehr höherer betrat aufgenommen aber egal wir setzen machen uns auf aufgehört als der schwarze mann uns verfolgt hat also johnny silverhand war auch mit schwarzer hand wer nicht john wick geguckt hat sollte es unbedingt gucken john wick wurde immer als schwarzer mann bezeichnet nur nebenbei wir müssen erst mal unsere ganzen grundbedürfnisse machen öffnet dein inventar und sie die etwas an stimmen wir sind ja noch nackt alles klar gewöhnlich 11 11 13 ja sehr schön sehr schön schuhe haben tatsächlich unsere ganzen schuhe verloren das ist halt echt doof muss ich sagen aber was willst du machen so spezial haben spezielles kleidungssitz wir haben tatsächlich einen spezielles kleidungssitz wir haben bandagen sarka schutzanzug können wir natürlich noch mal machen wenn wir das wollen wir müssen uns erst mal was normales anziehen wir haben das da also ich gehe jetzt erstmal erstmal nur über die rüstungsdinger das ist eigentlich geil mindest level 10 du kannst mich mal ich glaube 44 8 ist tatsächlich das beste ich glaube 44 8 ist tatsächlich das beste wir sehen aber total aus wie so ein arasaka typ muss ich dazu sagen ähm ne wir nehmen wir knife da wir haben es gefunden eine tausse kopfbedeckung möchte ich eigentlich tatsächlich nicht haben weil ähm?! ablegen wit ich tatsächlich nicht wir haben uns die haare extra so gemacht deswegen müssen die haare so bleiben dasク busted unter vaft vor der Mund oder so eine Gasmaske Ja, können wir auch machen, aber habe ich auch eigentlich keine Lust auf. True Hammer? Nicht so Griff. Schema Deck, Hammer, glaube ich, nichts anderes. Da müssen wir uns irgendwas anderes holen. Kurzschluss oder Ping. Der Ping fand ich jetzt nicht so schlecht. Werde. Street Creed. Okay. So. Wir können unsere Werte aufleveln. Ich such gerade noch, wie ich das wieder machen kann. Ich habe jetzt seit, glaube ich, einem zweiten nicht mehr gezuckt oder so. Also das ist schon etwas länger her. War das, ja, das war schon eine coole Waffe, aber tatsächlich, muss ich sagen, fand ich die nicht so geil. Also die war echt cool. Also die, das Gewehr war geil. Das Gewehr war echt geil. Handvoller Waffe möchte ich tatsächlich eigentlich eher meinen hier aufgesammelt, oder? Wenn ich meinen Katana habe, muss ich das noch haben. Juhu. Du willst Bock mit dem Katana. Gut, was haben wir denn jetzt noch? Wir müssen zurück. Levelaufstieg. Charakter. Ah. Hier haben wir noch etwas. Hm. Hier ist etwas. Was? Hm. Sorry. Was wollten wir denn jetzt eigentlich machen? Wir wollten jetzt erstmal gucken, ob wir die Intelligenz, was können wir denn bei Intelligenz weitermachen? Wir können hier erstmal weinigen. Verbesser das Diamond-Darling, sodass die Zugangspunkt 50% mehr Euro-Dollars erfordern. Breach da da. Quick-Hex. Halt Schäben her. Ungewöhnliche. Hm. Wünsch-Protokoll. Coolness. Was haben wir denn bei der Coolness noch? Erhöht den Schaden durch Waffen mit einem Schaltdämpfer. Wenn du schlechst. Der müsste mir auch mal, ähm, ein bisschen mehr schleichen, muss ich sagen. Passiv. Verringern den Waffenschluss. Wo ist der Kampfmaschine? Kaufen. Messer haben wir tatsächlich nicht gemacht bis jetzt. Bin ich auch eigentlich irgendwie kein Fan davon. Weiß nicht warum. Cool, das haben wir jetzt schon. Echtliches Verstehen. Wir haben ja schon alles aufgelevelt. Ich verstehe auch nicht, wann wir da endlich aufsteigen. Du kannst von Drohnen Mech oder mit einer Chance von 15% einen Waffenmod Waffen als erfolgen. Kondition. Hm, ich glaube gar nicht schlecht. So, ich frage, wann wir hier das anbekommen. Hört auf Stie. Gut. Nimm dir Munition. Ja, wo nehme ich denn Munition? Achso. Das Lager öffnen. Ja, irgendwie möchte ich eigentlich nur meine ganzen Waffen hier irgendwie verkaufen. Muss ich tatsächlich sagen. Irgendwie gefallen mir die Waffen hier nicht. Klingel, Thermalschalten. Ganzes Klingel verursachen Thermalschalten. Okay, wo bin ich denn das hier? Andere Sache. Kann ich irgendwas herstellen? Nimm die Munition. Sehr schön. Kann ich was herstellen? Ach, das ist in meinem Inventar, was ich reingetan habe. Achso. Ich habe auch genug Scheiß dabei. Momentan. Inventar. Itembestellung. Ah, so stelle ich Waffen her. Upgrades. Ich werde das hier upgraden. Ich bin da tatsächlich noch nicht so drin. Wann oder wie ich was upgraden müsste. Katana könnte man halt updaten, upgraden tatsächlich. Im Inventar. Ich wollte eigentlich in meinen Rucksack gehen. Rucksack. Wollte eigentlich was essen. Brauchst Güter. Nein. Was ist eigentlich, das ist der Gegessene? Nicht was zu essen. So. Hm. Wir haben eine Pizza, aber wir können uns nichts nehmen. Hinsetzen nicht. Wir möchten mich jetzt nicht hinsetzen. Wir haben was zu essen. Checken mal deine Mails. Alles klar. Dann checken wir mal die Mails noch. Ruhe Nachrichten. Was steht denn hier drauf? Überfällige Mieter. Sehr geehrte Damen und Herren. Laut unseren Unterleggen haben wir von Ihnen diesen Monat noch Mieter, die Ihre Einheit von der Mietgebäude H10 erhalten. In Übereinstellung mit Mietvertrag und Mieten werden weitere Zahlungsverzögerungen als Zwangsbremium zur Folge kamen. Wie kann ich das jetzt begleichen? Das ist kein Grund. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom's deiner. Ich warte. Oh. Oh nein. Die Verwaltung des Mega-Gebäudes Haku möchte sie darüber informieren, dass ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Badmoss, wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird. Was wäre denn Wahres? Oh. Badmoss-Kollektiv. Badmoss 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 Achso, das ist das ja. Achso, das sind jetzt. Fuck, was ist das denn jetzt hier? Werkseinstellungen. Wer hochsteigt, fällt auch tief. Aber wenigstens bist du noch am Leben. Aber solange, wenn man noch lebt, gibt es Hoffnung. Ok, der Countdown, welche Nachrichten kommt nicht? Ich weiß nicht, was das ist, ob das jetzt Kapitel sind oder... Ich habe echt keine Ahnung gerade. Eigentlich wollte ich nur mein Journal splitter. Ach, das sind die Splitter, die ich nachlesen kann. Alles klar, das mache ich wahrscheinlich dann mal alleine. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es machen. Tarot. Journal, Journal. Sehr schön. Hauptmission der Jungen. Hol ein Auto aus der Garage. Wenn wir draufgehen, interessiert es die Welt. Ein Trick. Das Leben geht weiter. Das letzte Spur. Hm? Also deswegen wird dein Wagen abgeschleppt. Wenn du mich fragst, zeigst du dir der Welt am besten, dass du noch hebst, indem du deine Karre wiederholst. Ist vielleicht ein bisschen das Unterfangen. Aber für jemanden in deiner Position ist das immer ein Anfang. Wow. Da würde ich sagen, holen wir mal unser Auto. Da holen wir mal unser Auto. Kannst du einfach mal diese scheiß Waffe weg tun. Einfach kunden hier. Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Achso. Wann ist der denn gestorben? Okay. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist mein Auto? Ich habe ja etwas gefunden. Wir müssen reden. Bitte, geh ran. Mama Welt. Ich habe ja etwas gefunden, was Jackie gehört hat. Ich glaube, er hätte gewollt, dass du das machen musst. Wartet vor deinem Apartment auf dich. Ach, würdest du mich jetzt natzen oder sowas? Ruf Mama Welt an. Nachrichten. Mama Welt. Kann ich das anrufen? Nee, kann ich nicht anrufen. Gutes Paket ab. Also, weil ich das gerade verfolgt habe. Ach, come on. Aber das ist doch... Das ist doch auch gerade echt irgendwie ein bisschen dämlich. Wisst ihr, ich fahre gerade runter. Ich stehe vor meinem Auto und kriege dann die Nachricht. Ich habe ja auch vor dem Wort gefechtet. Ey, es steht ein Paket vor deiner Tür. Denkst du... Warte, 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 warte. Was zur Hölle, warum? Heute verabschiede ich mich zum letzten Mal von Ihnen. Danke, Lucius. Sie haben viel Verständnis stattgefunden. Das ist wie mein Lieblingssortner. Ich habe einen... Galena zu verkaufen. Hat noch nicht so viele Körner auf dem Buckel. Rückübersetzer hatte panische Angst davor, aus dem Haus zu kehren und in ihm erschossen zu werden. Also, statt der arme Wagen sind jahrelang... Okay. Eines Tages trug ein Quaschlager. Also, pack deinen Weed-Chip und schnapp dir diesen Wagen. Okay. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, rein eine Markierung auf der Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zu den Angeboten auf. Ja, sind tatsächlich... War das jetzt so... Ach, das ist das kleine Wagen. Uh, Jackys Motorrad. Mama Will's. Ja, wie kann ich denn anrufen? Das ist das halt so eine Sache gerade. Wie kann ich denn anrufen? Nachrichten-Journal. Nee. Will ich ja nicht. Ruft Mama Will's an. Du hast dich lange nicht gemeldet. Servus. Nein, Jacky ist tot. Ich wollte ja anrufen, Mama Will's, aber... Du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Minina, was ist denn los? Ich wollte nur erklären, warum nicht. Du weißt schon. Schon okay. Das musst du. Ich weiß, wie es ist. Ich war bei Jacky. Als er... Wie? Hör zu. Mein Sohn hat diesen Weg gemeldet. Er kannte die Risiken. Hätte er gerettet werden können, hättest du's getan. Das weiß ich. Ich nehme an, du machst immer noch dasselbe. Wie vorher. Versprich mir, dass du da draußen auf dich aufpasst, ja? Möge er dich beschützen. Mitro. Okay, ähm, hm, wir haben jetzt, ja, mein Auto, wir gehen jetzt mal sehr niedrig, würde man sagen. Johnny, hast du das auch grad gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich mein, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach nem Unfall einfach weg. Oh, ähm. What the fuck? Was soll das denn gerade? Ja, jetzt bin ich komplett verwirrt von meinen E. Nachricht wurden. RLDS. Lieber Mr. V, ich möchte sie darüber abonnieren, dass Mr. RLDS störtlich überrasstend. Übereinstimmung mit ihrer Anweisung in die Klinik gebracht worden zum bitten vielmals um Entschuldigung für die Verkehrsunfalle. Die Demolation möchte sich herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen, um eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Okay. Mein Auto ist kaputt jetzt. Gibt es mit dem Auto aus? Wie weit ist denn das? Loll! Geiles Auto! Fetzt! 1,5 km ist vielleicht nicht gelaufen. Definitiv nicht. Aber ich hatte es trotzdem Auto fahren, muss ich sagen. Boah, ne. Alter! Was ist das Auto fahren? Also, da muss ich tatsächlich sagen, das rafft meine Grafikkarte wahrscheinlich nicht. Das ist echt scheiße, muss ich sagen. Außerhalb würde ich gerne fahren, wie bei GTA oder sowas, aber das kann ich nicht machen. Ne, eigentlich würde ich das Radio ausmachen, aber... Na, gut egal. Ich will es langsam wagen, ey. Ich denke, das ist ein Elektroauto anscheinend. Ne, ist alles elektrisch? Ja. Lang, lang ist es he. Waka Kurokada, die Herren von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleiten. Uff. Du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Ich war so blöd. Vergiss nicht. Ich könnte das anders jetzt schauen. Das passt nicht zu dem Auge. Ich kann gerade keine Nachrichten lesen. Ich bin gerade im Auto. Es ist tatsächlich echt ein bisschen doof, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was der Delon... Ich habe von einer neuen Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ivarra, genannt Vater. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander, wie? Okay, danke. Ah, da ist noch ein cooles Auto, muss ich sagen. Wetzt? So, aussteigen. So, ähm... Ja. Nicht M und nicht N und nicht so. In der nächsten Folge geht es weiter, wie wir in der Software gehen und dann wissen, wieso, weshalb, warum uns dieses Auto gecrasht hat. Also, das ist tatsächlich echt eine gute Frage. Ähm, ja. Bis zur nächsten Folge. Warte rein. Tschaußen. Warte rein.